Hallöchen Leute und willkommen zurück zu unserem Let's Play von Super Mario Galaxy 2 für die Nintendo Wii. Ah Mann, so. Das letzte Mal haben wir uns noch ein paar Kometensterne geschnappt, einen geheimen Stern haben wir uns geschnappt. Und ich werde jetzt, bevor wir weitermachen, werden wir uns noch zwei Sterne schnappen. Wobei ich gerade sehe, aus irgendwelchen Gründen, das zeigt mir diese Galaxie nicht als abgeschlossen. Und das zeigt auch nicht an, dass da irgendwelche geheime Sterne noch wären. Hm, na was hat das zu bedeuten? Man weiß es nicht. Ich werde es noch sehen. Ich hoffe nichts Schlimmes. Gehen wir doch erstmal zu Honeybloom Galaxy und holen uns den geheimen Stern. Oh. Bumble Beginnings. Mal wieder. So. Juhu. So. Also, ich schnappe mir mal wieder jede Minze, die ich kriegen kann. Ups. Genau so habe ich mir das ungefähr gedacht. So, besser. Ups, 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 so. Ups. Ups. Ah. Hey. Oh, das war fies. So. Hups, 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 hups. Hups. Juhu. Schauen wir nochmal, was es da oben gibt. Oh. Gut, 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 sehr schön. Sehr lobenswert. So. Oh. Wow, was war das denn? Epische Imba-Skills. Aua. Ja. Das schaffe ich wahrscheinlich niemals wieder so. Ha. Oh. Ich glaube, das könnte ein sehr langer Part werden. Also, nochmal. Rüberspringen. Epischer Sprung zurück. So. Ups. Nee. Nochmal. So. 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 Ups. Ah. Oh. Nochmal. Ups. Nein. Nochmal. Nein. Nochmal. Ah. Wie habe ich das vorhin gemacht? Nein. Oh. Ah. So. Oh. Ah. Das sieht doch schon viel besser aus. Geheimer Stern. Das ging ja einfach. You got a star. Schön, schön. So. Galaxy complete. Okay. Damit hätten wir die auch abgeschlossen. Oh. Le, 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 le. Wir haben jetzt eine Biene an Bord. Super. Ach. Ups. Das ist schon ziemlich bevölkert hier, mein Raumschiff. Ups. Ah. Hey. So. Ups. Und in der Cosmic Curve Galaxy fehlt uns auch noch ein geheimer Stern. Äh. In der ersten Galaxie. Dann schauen wir doch einfach mal. Twin Falls Hideaway. Äh. Bäm. Glaube ich. Egal. So. Ähm. Suchen, 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 suchen. Okay. Ups. Ups. So. Äh. Nehmen wir uns mal hier den, äh, Cooper Panzer. Und dann schauen wir doch mal, wo dieser Launch Star uns hinführt. Ach, das war die Geschichte. Okay. Habe ich denn eine Röhre gesehen? Ne, ein Panzer. Oh. Okay, auch recht. Ähm. Hm, 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 hm. Autsch. So, und dann schauen wir doch mal. Winze. Oh. Äh. Winzen. So. Jetzt bestimmt irgendwo einen Luma. Was gibt's denn hier, Feines? Oh, und ein Schalter. Aber ich glaube, das war der Schalter, mit dem ich, äh, mit dem ich, äh, Dings. Und so. Da unten ist die Kometenmedaille. Hm. Ah. Da oben gibt's auch noch drei Münzen. Äh, okay. So. Ja. Hm. Ah, da ist doch der kleine Luma. Ich hab' ich gesucht. Hey. So. So, was hätten sie denn gern? 15. 15 Münzen. Hm. Den Schalter aktiviere ich dafür noch nicht. 15 Münzen. Ähm. Erstmal den Cooper-Panzer wiederholen. Da ist eine. 12. Äh. Was haben wir da drin? Ah. Lalalalalalalala. Du bist ja elektrisch geladen. So. Ups. Okay. Ein extra Leben. Okay. Ähm. Was haben wir da drin? Sternensplitter. Äh. Alles uninteressant soweit. Ich brauch' Münzen. Ey. Da vorne gibt's Münzen. Au. Hey. Ups. So. 14. Komm schon. Au. Ah, Mann. So. Na los. Komm schon, Mario. Schnapp dir die Münzen. Sehr gut. Dann schauen wir doch mal, ob er den Luma wieder... Ah. Ist das nervig. So. Ui. So. Wo war er denn? Da vorne. Oh. Okay. Okay. Ja. Prima. Ja, 15 Münzen. Die habe ich. Bitteschön. Friss das. Das ist ihr Schmecken. A new planet was born. Und launch star. Auch. Uh, 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 uh. Oh, ich soll den Hasen fangen. Oh, ich hasse sowas. Ah. Wer spielt auf so einem affigen Planeten? Fangen. So. 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 Ah. So. Wo ist er? Da. Komm schon. Ah. Komm schon. Ah. Da lang. Ah. Oh. Ah. Ich hätte mich fast irgendwie gehabt und so. was tue ich denn? Ah. Bleib stehen, du blödes Dingens. Oh. Ah. Ich verstehe. Oh. Es kommt schon. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ah. Ja. Ich hab den Hasen gefangen. Okay. 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 Und er gibt mir einen Powerstern. Cool. Ich hab einen Hasen gefangen. Einen ganzen. Und you got a star. Prima. Stern Nummer 52. Und wenn das so weiter geht, sind wir bei der Hälfte der Sterne schon angelangt. Ist ja cool. So. Schau. Ähm. Schauen. Mal. Na los. Also, Boulder Bowl und White Glide ist irgendwie noch nicht abgeschlossen, aber irgendwie auch kein Stern. Hm. Ich werde mich jetzt nochmal in der White Glide Galaxie umsehen, ob es vielleicht einfach da einen geheimen Stern gibt, der mir aus irgendwelchen Gründen nicht angezeigt wirkt. Oder es gibt noch einen Kometenstern. Ähm. Schauen wir doch einfach mal. Stern. Stern. So. Ja. Kenn ich alles schon. Bäm. Und so. How about it? How about it? Nein, 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 nein. Das kenn ich doch schon. Ja. Das kenn ich schon alles. Ja. Okay. So. Ja. 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 Okay. Das ist in Ordnung. So. Schauen wir doch mal, ob es irgendwie einen geheimen Stern oder sowas gibt. Juhu. Den habe ich schon mal verfehlt. Eins. Juhu. Zwei. So. Und. Sehr gut. So. Da, den Luftballon kriegen wir nicht mal. Schauen wir doch mal, was passiert, wenn ich da nach links fliege. Das letzte Mal bin ich, denke ich, rechts lang geflogen. Gucken wir mal. Das ist bestimmt lustig. Wow, ist das lustig. Oh. Oh, das ist ja so lustig. Na. So. Aber kein geheimer Stern. Irgendwie blöde. Naja, dafür habe ich meine Zeit verbessert. Auch schön. Ja. Super. Der ist auch so schön transparent. Ich wollte schon immer mal einen transparenten Stern haben. You got a Weicheister. Na ja, war gut fürs Training. Cool. Ja. Und damit haben wir immer noch 52 Sterne. Dafür 1199 Sternenspiele und 750 Münzen. So wie eine neue Clearzeit des Levels. Und das Spiel wurde natürlich auch gespeichert. Und damit möchte ich mich für diesen Part von euch verabschieden. Ich hoffe, das letzte Mal hat euch soweit gefallen. Falls ihr aber abonnieren, bitte kommentieren, bitte gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Hmm. Bis dahin.